Diese vier Dinge darfst du niemals zu einer Frau sagen, sonst ist sie weg. Ja, es gibt Dinge, die wenn du sie als Mann sagst, sie gewisse No-Gos sein könnten und eine Frau das Interesse an dir verliert. Wenn du sie zum Beispiel auf einem Date sagst, heißt das nicht, dass sie sofort rausstürmt aus dem Date, aber dass sie dann nach dem Date so eine Nachricht schreibt wie Hey, du, sorry, der Funk ist bei mir nicht übergesprungen. Oder Hey, ich kann mir höchstens Freundschaft mit dir vorstellen. Oder halt einfach, sie sich irgendwann nicht mehr meldet. Es gibt manchmal Dinge, die du lust, die du nicht auf dem Schirm hast, die der Grund sind, warum die Frau das Interesse verliert. Und es sind unter anderem diese vier Dinge und ich werde dir mal drauf eingehen. Wir fangen mit der ersten Sache an. Die erste Sache findet dann statt, wenn du ein Date mit einer Frau hast und merkst, Hey, ihr versteht euch gut, es läuft ganz gut, du fühlst dich zu ihr hingezogen und du hättest Lust, sie zu küssen. Ihr sitzt vielleicht gerade nebeneinander auf irgendeiner Bank oder auf einer Couch und dann merkst du, Hey, ich würde sie gerne küssen. Und dann machst du was, was du für sehr, sehr schlau erachtest. Du denkst dir, Wow, okay, das ist jetzt ein guter Weg, sie zu küssen. Und zwar, du sagst dir irgendwie sowas wie, Boah, darf ich dich küssen? Oder, Hey, es gibt so einen Test, ob man ein guter Küsser ist. Oder so, oder was weiß ich. Es ist schon so lange, hätte ich so ein Kram abgezogen, weil ich gar nicht mehr weiß, was man da alles noch sagen könnte. Aber worauf ich hinaus will ist, das, was du niemals verbalisieren darf, sagen darfst, ist, den Kuss vorher anzukündigen. Das ist die Nummer eins. Kündige niemals vorher verbal an, dass du eine Frau küssen willst, bevor du sie küssen willst. Wenn du ein Date mit ihr hast, voraussetzung, du hast ein Date, zwei Menschen treffen sich, um zu gucken, ob es passt, dann, und du merkst, sie versteht euch gut, ihr kommt einander näher, dann küsst sie, wenn du sie küssen willst, ohne es vorher anzukündigen. Es kann sogar sein, dass du manchmal es angekündigt hast vorher und die Frau dich dann auch geküsst hat. Das kann sein. Aber die Magie ist für die Frau raus. Denn das, was ein Kuss so magisch macht, ist, dass, bevor der erste Kuss passiert, es so eine gewisse sexuelle Spannung gibt. Ihr beide merkt, ihr habt ein Date, ihr beide seid ein bisschen nervös, ihr beide habt aber trotzdem eine gute Zeit, sie findet dich grundsätzlich charmant und cool. Und die Spannung steigt immer mehr, immer mehr. Sie fragt sich immer mehr, okay, was wird das hier? Ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Kann es sein, dass wir uns heute schon küssen? Landen wir heute sogar im Bett. Was wird passieren? Würde er mich so küssen wie in den ganzen Filmen, wie ich es cool finde, wo der Mann einfach nur die Frau nimmt und sie küsst? Was wird passieren? Die Spannung, ihre Spannung steigt. Also das sind so die Gedanken, die sie dann im Kopf hat. Und dann ist das Beste, was du tun kannst, sie in die Augen zu schauen, in der Gesprächspause zu haben und sie dann einfach zu küssen. Wenn du es vorher aber ankündigst, sinkt die Spannung komplett, weil sie dann vorm Kuss weiß, okay, ich weiß, was passiert. Er wird mich jetzt gleich küssen und die komplette Magie vor diesem ersten Kuss, weil die Magie entsteht durch diese Spannung und Ungewissheit und dieses Prickeln. Und das nimmst du raus, indem du es verbalisierst. Und warum verbalisierst du es? Naja, also warum sprichst du es aus und kündigst es an? Du machst das, um vorher das Feld zu testen, um zu gucken, ob es klappt oder nicht. Also du willst zum Beispiel, du willst es vorher ankündigen, damit du schon mal merkst, hey, sie ist grundsätzlich, hat sie Bock. Und dann machst du es quasi. Du traust dich das dann zu machen, wenn du weißt, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen Korb bekomme, ist gering. Also du willst vorher so ein bisschen das antesten. Und das kann ich auch auf Nalo, also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man das macht. Aber auf der anderen Seite lege ich dir wirklich ans Herz, lass dir die Eier noch mehr wachsen, dass du es machst, ohne es anzukündigen vorher. Es hat massive Vorteile, weil einfach die Frau das viel, viel spannender findet. Was du ja tun kannst, um was vorher so ein bisschen im Vorfeld so abzuchecken, ob das hinhauen kann, ist, dass du vor einem Kuss auch mal andere Berührungen, die ein bisschen harmloser sind bei einem Date aufbaust. Mal subtil ihre Hand berühren oder ihre Schulter. Manchmal auch, wenn es passt, nicht immer, wenn ihr nahe und gut beieinander sitzt, auch mal die Hand kurz auf ihr Bein legen, gucken, was passiert und dann quasi nach und nach weiter aufbauen und dann gucken, ob der Kuss stattfindet. Aber das Ganze auszuschneiden, sprechen, das killt die Magie. Und jetzt, dieser Punkt gilt jetzt für diese erste Sache, die du nicht sagen darfst und die drei weiteren, die folgen. Es gibt manche Männer, die jetzt sagen, hey, ich habe das aber gemacht und es hat trotzdem funktioniert und ich bin jetzt mit dir zusammen. Ja, das kann sein. Es kann auch sein, dass eine Frau das bei dir durchgehen lässt. Es kann auch sein, dass du quasi diese Sache machst, die eigentlich komplett Banane ist und nach hinten losgeht, aber trotzdem eine Frau sagt, hey, ich finde ihn einfach heiß und ich habe heute auch Lust und ja, mein Gott, ich fand es jetzt nicht so sexy, wie er mich geküsst hat oder wie er es vorher angekündigt hat, aber ich finde ihn trotzdem gut. Also, wenn eine Frau einen Mann gut findet, dann lässt sie vieles bei ihm durchgehen. Er kann viele Fehler machen, die in einem anderen Szenario halt einfach dir dafür sorgen können, dass sie das Interesse verliert, aber nur, weil sie dich heiß fand oder weil sie eure Connection schon so stark war, lässt sie sich aber, ja, okay, ich küsse ihn trotzdem. sie ist einfach froh, dass es überhaupt passiert. Ob es jetzt elegant, gut oder schlecht war, ist sie dann in dem Moment egal. Wenn eine Frau einen Mann gut findet, lässt sie vieles durchgehen, genauso wie, wenn du als Mann eine Frau richtig gut findest, dann würdest du ihr auch vieles durchgehen lassen in der Hinsicht, dass sie kann dann auch manchmal irgendwas, ein dummes Gesprächsthema anschneiden, irgendwie in ein Fettnäpfchen treten oder was auch immer und du würdest sie ja nicht direkt abschießen. Also, das dahingestellt, auch bei den nächsten Sachen. Es gibt sicher Fälle, wo ein Mann das gemacht hat und trotzdem damit durchgekommen ist, aber ich will dir ja hier die Sachen geben, die du dennoch einfach auf dem Schirm haben kannst. Weil es gibt manchmal den Fall, wo die Frau noch so ein bisschen beim ersten Date, wenn du sie dann küssen willst, noch nicht so ganz sicher ist, will ich ihn, will ich ihn nicht und dann vermasselst du es in ihren Augen mit dem, dass du den Kuss vorher ankündigst und dann gibt es gleich einen kurzen Kuss, aber es gibt dann kein zweites Treffen. Also, ich will quasi dir die Dinge mitgeben, damit du die Sicherheit hast, dass es weitergeht und dass sie das Interesse behält. Und jetzt kommt Punkt Nummer 2. Das Zweite, was du einer Frau niemals sagen solltest, ist auch eine Frage und zwar, so, hey, lass uns mal was machen. Die so, ja gerne und dann du sie fragst, ja worauf hast du Lust? Oder ihr ein Date hat und sie fragt dich, ja was wollen wir machen? Und dann sagst du was, ja weiß nicht, was möchtest du denn? Das finden Frauen nicht geil. Der Grund ist, folgt einfach der Folgen, eine Frau liebt es, wenn ein Mann bei dem Date einen Plan hat, wenn er weiß, was er machen will. Das Zeug von Dominanz, das Zeug von Bestimmtheit und das finden Frauen und Frauen finden es auch einfach charmant, wenn ein Mann weiß, wo er eine Frau ausführt, wo er mit ihr hingehen kann. Dass ein Mann weiß, hey, wenn ich mit ihr in diese eine Kaffee gehe und das Kaffee voll ist, gibt es vielleicht nochmal 200 Meter ein anderes, wo wir hingehen können. Einfach, dass du einen gewissen Plan hast. Und das bedeutet nicht, dass du nicht offen für Gegenvorschläge wärst. Du kannst ja einer Frau sagen, hey, ich kenne da ein cooles Kaffee, so, lass uns gerne mal da hingehen und dann sagst du, ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin offen für Gegenvorschläge. Das kannst du ja schon sagen. Also sie darf schon wissen, dass sie ein Mitbestimmungsrecht hat, aber Frauen lieben es, wenn der Mann einfach mal entscheidet und sagt, hey, lass uns das und das machen. Und du musst verstehen, das heißt nicht, dass wenn du dann in einer Beziehung, wenn du mit einer Frau drei, vier, fünf, sechs Jahre zusammen bist, du immer den Plan haben musst und immer bei jeder kleinen Aktivität, die ihr macht, mal sagst, hey, das und das und das machen wir. Dass wenn ihr mal auf der Couch sitzt und du einfach sie mal fragst, hey Baby, worauf hast du heute Abend Lust? Das kannst du schon machen. Aber hier geht es vor allem um die initiale Kennenlernphase und einfach Tendenzen. Lass das weg und hab einfach einen Plan. Und jetzt kommen wir zur dritten Sache. Also das sind auch wieder Fragen und das sind alle Fragen, die solltest du einfach vermeiden, die mit den Fragewörtern. Wann, wie lange, wo, in welcher, wie viel, etc. beginnen. Zum Beispiel, wie lange machst du schon deinen Job? In wievielsemester bist du? Wo genau arbeitest du? In welcher Abteilung? Woher kommst du? Wie viele Geschwister hast du? Irgendwie sowas. Also alle Fragen, wo du quasi irgendwelche Fakten von der Frau erfragst, wo du Fakten mit dir abklapperst, die man auch hätte in einem Lebenslauf ablesen können. Zahlen, wie viele, wann, Orte, die einfach irrelevant sind, wo, in welcher Abteilung, etc. Diese Sachen, diese Gesprächsthemen, die sind unnötig. Wenn du zwei, wenn viele Leute führen, wenn sie mit Frauen reden, sehr oberflächliche Interviewgespräche und sie klappern so einfach gewisse Themen ab, sowas wie, hey, ja, Job und wie lange und wo und wann und was und die Frau hatte so Gespräche schon hundertmal und wenn du zwei, drei dieser Fragen hintereinander stellst, vor allem wenn du eine Frau kennenlernst und mit dir flirten willst und sie dich jetzt auch vielleicht nicht optisch super heiß findest, einfach nur ganz nett und sie einfach sich darauf einlässt, mal gucken, was der Mann daraus macht. Wenn ich ein cooles Gespräch habe, dann lasse ich mich auf ihn ein und wenn nicht, halt dann nicht. Und wenn du dann zwei, drei dieser Fragen hintereinander stellst, dann bist du raus. Weil es ist einfach nur ein Faktenaustausch, was eine Frau viel, viel lieber mag, ist, wenn das Gespräch irgendwann mal oder relativ schnell eine persönliche Ebene einnimmt, wenn es langsam humorvoll wird, wenn ihr Themen austauscht, die wirklich eine gewisse Relevanz haben, die was auch Emotionen miteinander austauschen. Du vielleicht den Fakt, den du erfragst, zum Beispiel weißt du, dass eine Frau Lehrerin ist, dass du das nutzt, um sie als Person besser kennenzulernen. Zum Beispiel, indem du sie fragst, wie sie mit gewissen Situationen im Berufsalltag umgeht. Und die Frage sollst du jetzt nicht so formulieren. Ich mache dir mal ein Beispiel. So was wie, du konntest schon immer gut mit Kindern umgehen. Oder sie ist Gymnasiallehrerin und sie hat halt Kinder von der 5. bis zur 12. und 13. Klasse. Dass du dir immer mal fragst, in welcher Klasse sind die Kinder am unerträglichsten? Oder welche hast du am liebsten? Welche nerven dich? Und es kann sein, dass sie sagt, sie arbeitet gerne mit erwachsenen Leuten oder so diese Teenager sind ganz schlimm für sie. Und was du dann machst, ist, sie kann quasi ihre persönliche Meinung zu einem Thema geben. Und das hat besseres Potenzial, um daraus ein cooles Gespräch zu machen. Oder zumindest ein interessantes, persönliches Gespräch, als einfach nur weiter irgendwelche Fakten die ganze Zeit abzuklappern. Und auch hier, wichtig, betrachte das auch nicht als so eine Regel, wie, wenn du einmal diese Frage stellst, bist du raus. Weil natürlich musst du, um mit einer Frau auch mal in die Tiefe zu gehen, schon erstmal gewisse Fakten abklappern. Du darfst schon ein, zwei dieser Fragen stellen, um zu gucken, wer ist diese Frau. Weil das Leben einer Lehrerin ist ein anderes Leben als das Leben von einer Krankenschwester oder das Leben von einer Selbstständigen. Also es ist schon okay, sowas wie den Beruf. Oder es ist schon okay zu fragen, was für Hobbys jemand grundsätzlich hat. Weil wenn jemand gerne Ballett tanzt, ist es was anderes, wie wenn eine Frau gerne Handball spielt oder was weiß ich, so Yoga macht oder so fünf Tage die Woche. Oder ins Gym geht die ganze Zeit. Wenn eine Frau gerne Kunstausstellungen anguckt, ist es was anderes, hat sie wahrscheinlich ein anderes Leben als eine Frau, die einfach nur Techno feiert jedes Wochenende. Und du kannst schon ein paar Grundeckdaten erfragen, aber dann in die Tiefe gehen. Und jetzt kommen wir zur vierten Sache. Und die vierte Sache, die du zu einer Frau nicht sagen solltest, ist Ja. Was meine ich damit? Wenn du als Mann immer zu allem Ja und Amen sagst, dann hast du ein Problem. Dann bist du jemand, der es allen Leuten recht machen will. Heißt es jetzt, dass du niemals Ja sagen darfst? Nein, du sollst Ja sagen, wenn du es meinst. Du sagst Ja zu was, wenn du wirklich der Sache zustimmst. Wenn du mit einer Frau diskutierst oder irgendwie ein Gesprächsthema und eine andere Meinung hast als sie. Und wenn du dann ihre Meinung anpasst und dann der Ja-Sager bist und ihr zustimmst, dann wirst du mit der Zeit das Interesse verdienen. Zwar kann es sein, dass sie es cool findet, dass sie dann einer Meinung sei, aber irgendwann wird sie erkennen, dass du jemand bist, der sich verstellt und öfter zu Dingen Ja sagt, als er es eigentlich möchte. Wenn du in einer Beziehung bist und deine Frau dich fragt, ob du ihre Eltern heute besuchen willst und du eigentlich überhaupt keinen Bock hast und einfach Ja sagst, obwohl du es gar nicht willst, dann findet sie es zwar nett, dass du es machst, aber auf Dauer gesehen verfällst du in diese Spirale, dass du jemand bist, der seine eigenen Bedürfnisse einfach immer hinten anstellt und einfach nur zu allem Ja und Amen sagt. Auch hier wieder differenzierter Punkt. Wenn du authentisch und wirklich in allen Themen oder bei allen Fragen, die dir die Frau stellt, wirklich immer Ja sagen willst, dann tu das. Aber wenn es sich in dir einschleicht und immer öfter wird, dass du dich für eine hübsche Frau anfängst zu verstellen, damit du eher dem Bild entsprichst, was sie will oder du denkst zumindest, sie will einen bestimmten Mann, der nett ist, der immer mit allem d'accord ist, der unkompliziert ist und deswegen sagst du zu allem Ja, obwohl du es nicht willst, dann hast du ein Problem. Weil dann verlierst du deine Ecken und genau das findet sie dann unattraktiv. Weil sie sich denken, warum verstellt er sich die ganze Zeit? Warum kann er nicht einfach eher selbst sein? Und kleiner Spoiler, wenn du du selbst bist, dann wirst du manchmal zu den Ja sagen, aber auch oft Nein, weil du keinen Bock hast oder weil du es anders siehst oder weil du eine Grenze setzen musst, das für dich nicht klar geht. Und wenn du das tun kannst, dann finden Frauen das sehr attraktiv. Ich hoffe, die Punkte haben dir geholfen. Bis zum nächsten Video.